Yes, yes, von jetzt willkommen auf meinem Kanal. Freunde, was war denn da gestern in Elversberg los gegen Bauernschweig, oder? Also sehen wir hier, da bleibt dir einfach die Spucke weg und denkst, wie viele Idioten gibt es eigentlich, die so einen Scheiß machen? Es schadet nur deinen Verein, es bringt gar keinen weiter. Und da fallen auch noch Leute runter, da unfassbar, unwitzig. Ich habe keine Worte dafür, ich würde gerne mal wissen, was der DFB dazu sagt. Warum wir das halt in den Stadions nie schaffen, dass so eine Scheiße nicht passiert mit Pyros, keine Ahnung, alles was dazu gehört und dass es einfach so weitergeht und man es einfach die ganze Zeit völlig hinnimmt, was da passiert. Schreibt mal bitte rein.